Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Namibia. Wir haben Tag Nummer 32 und wir stehen weiter auf dem ersten Rang, aber nur noch mit wenig Abstand zu den Philippinen. Die haben stark aufgeschlossen, nur noch drei Punkte hinter uns. Da wird es langsam ziemlich kuschelig hier oben. Und es gibt große Nachrichten aus der Welt. Denn der große Teil der Asia United Koalition hat die Niederlage eingestanden und uns zum Rundensieg gratuliert. Denn wir haben sie im Felde besiegen können. Wir haben in Frankreich, Norwegen mehr oder weniger vernichtet. Wir selbst als Namibier haben hier in Russland und der Ukraine uns weit ausgebreitet. Wir haben dieses Militär von Kubanen größtenteils zerstört. Deren Luftwaffe ist weg, deren Armeen sind größtenteils weg und auch deren Land ist größtenteils besetzt. Und auch Japan ist fast verschwunden. Russland hat keine Armeen mehr. Wir haben hier gewonnen. Und es wurde bereits in der Zeitung weit thematisiert. Wir können kurz runterscrollen und sehen hier Fair Play von Russland. I'd like to declare the United People's Coalition victorious. You have taken everything fair enough and well played. Oder auch hier Norwegen. That's pretty much me done. British Nigeria has killed me. I went from 400 troops to 80 in one battle. My counterattack was unsuccessful. GG's. Das heißt, ja, die Runde hat einen Gewinner. Und das wird unsere Koalition sein. Denn es gibt jetzt nichts mehr, was uns irgendwie aufhalten könnte. Wir haben deren Militär vernichtet. Es gibt keine große Nation mehr, die uns stoppen kann. In Nordamerika sind alle AFK. Aber höchstens Alaska sehe ich gerade noch da, aber die sind natürlich viel zu klein. Und auch wir haben jetzt hier weite Teile von Lateinamerika eingenommen, von dieser Nation. Wir haben deren Hauptstadt besetzt, deren Produktionszentren. Und ich greife gerade noch Uruguay an, wegen der Hauptstadt. Ich möchte gerne den Moralbonus haben, damit ich noch vielleicht den ersten Platz sichern kann, falls das noch geht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ja, werde ich hier weiter vorrücken. Irgendwann auch mal dann Frieden schließen wieder, wenn ich nicht mehr will. Und dann werden wir weiterschauen. Aber jetzt hier in Europa aktuell alles ein bisschen chaotisch noch. Aber an allen Fronten großer Erfolg. Wir rücken weiter vor. Japan eben ja schon bereits inaktiv. Hat aber auch nicht mehr viel übrig. Burma hat überlebt. Die KIs werden eingenommen. Und Mosambik hat kurz einen Prozess gemacht mit Kubanen. Die haben noch zwei größere Armeen hier. Aber die werden alle fallen. Deren Luftwaffe wurde zerstört, dank deren Eingreifen. Und damit ist da nicht mehr viel da. Und es sieht so aus, als würde jetzt Russland hier auch aufgeben und AFK gehen. Norwegen hat zumindest keine Einheiten mehr. Sie hatten ja versucht, hier sich zu erwehren. Es gab ja eine große Schlacht um Paris. Da hatte Nigeria auch einiges verloren. Wir können kurz schauen. Unter den Alliierten. Da sehen wir hier Nigeria 127.000. Also doch einiges. Aber natürlich Norwegen 415.000. Das wird alles gewesen sein, was sie hatten. Haben sie ja auch geschrieben. Da ist nicht mehr viel übrig. Das heißt, Nigeria hier erfolgreich. Aber es war doch teurer, als ich auch dachte. Ich hätte nicht erwartet, dass Nigeria so viel hat. Sie wirkten nicht wirklich stark. Aber sie haben doch mehr Produktion auch, muss ich sagen. Also sie haben das wirklich gut gespielt. Sie haben echt versucht, eben dann die nigerianischen Truppen da reinzulocken in diese Falle. Und dann mit dieser elastischen Defensive eben zurückzuschlagen, dann sobald Nigeria exposed ist. Aber natürlich war Nigeria einfach zu stark. Also das hätte zwar funktionieren können in Arbeit mit den Alliierten, also mit Russland vor allem, mit Kuban oder auch mit Schweden. Aber da da gar nichts mehr kam, hat das eben dann zwar einen Tag funktioniert. Und sie konnten dann wirklich auch Nigeria aufhalten in Paris. Aber sie haben halt alle ihre Kräfte dafür genutzt. Also ja, es war nicht ideal. Es war nicht genug. Und da war einfach Nigeria zu stark. Sie haben zu viel Produktion gehabt. Viel zu viel Artillerie. Sie konnten eben den Verlust einer ganzen Artillerie-Armee wegstecken. Das war schon ziemlich kraftvoll. Und damit auch Nigeria hier mit dem verdienten Sieg in Frankreich. Und auch hier werden sie vermutlich bald dann auch England angreifen. Ich nehme es mal stark an. Hier ist auch Kuban noch aktiv. Norwegen primär. Und auch hier, das ist Russland. Also das ist alles hier Feindesgebiet. Auch Schweden ist da. Von daher, ich gehe mal davon aus, da kommt bald eine Invasion. Schweden weiß ich gar nicht, was mit denen ist. Die waren jetzt nicht wirklich aktiv. Die haben nicht gesprochen mit uns. Die waren ja auch nie in der Koalition dabei. Sie waren ja mal diese andere Koalition gewesen. Also sie waren in der Asia United 2 Koalition. Da waren sie mal drin. Aber seitdem gab es da keine Kooperation. Wir sind auch keine Produktionszentren. Gar nichts. Ich nehme mal stark an. Die sind einfach nur happy dabei zu sein. Und werden vermutlich auch besetzt werden. Oder als Zweitplatzierte abschließen können. Mal schauen. Und ja, wir machen einfach unser Ding weiter. Wir versuchen jetzt noch Provinzen zu sammeln. Wir sind ja wieder auf den zweiten Platz gerutscht. Von den Provinzen her hinter den Philippinen. Weil die ja sehr viel Gebiet bekommen haben in Sibirien. Aber wir versuchen weiter aufzuschließen. Aber ich denke mal nicht, dass wir den ersten Platz mit Provinzen haben werden. Einfach weil wir jetzt nicht mehr genug Gebiet haben zum Ausbreiten. Hier ist schon Mosambik hier in der Seite. Und hier kommt dann Nigeria an. Das heißt, wir werden so ein bisschen uns hier ausbreiten. Wir werden Russland einnehmen. Aber mehr wird da auch nicht gehen. Also ja, wir bleiben so ein bisschen vorsichtig. Vor allem, weil ich ja auch nicht noch Krieg führen möchte gegen Russland. Also das Russland hier. Weil das würde unsere Moral weiter beeinflussen. Das möchte ich nicht. Und wir können auch kurz mal schauen auf die Verluste von uns. Wir sehen mit den Vereinigten Lateinamerikanischen Nationen 104.000 inzwischen. Und 577.000 auf deren Seite. Das war jetzt so ziemlich alles, was sie hatten. Und gegen Russland, sie 15.000, wir 6.000. Und gegen Kuban, sie 90.000, wir 14.000. Also alles eher im Rahmen. Das war gerade in Europa nicht viel. Wir haben insgesamt etwas mehr als 100.000 Truppen verloren. Oder haben wir? Warte mal. Ich habe gerade was falsch gesagt. Wir hatten 14.000 und hier 6.000, also 20.000. Die dagegen hatten mehr als 100.000 Truppen verloren. Das heißt, ja, das war nicht viel, was sie uns entgegengeworfen haben. Er, Kuban, hatte versucht, ein paar Angriffe zu starten. Russland hatte hier ein Flugzeug gehabt und ein paar Armeen. Aber die haben wir alle zerstört. Also und daher, da war nicht viel. Russland selbst war ja extrem schwach. Sie hatten viel verloren im Krieg gegen Burma, gegen die Philippinen. Ihnen ging es nie so gut. Und das war für Russland echt eine Katastrophe. Die waren eigentlich so groß. Und die hätten zumindest eine Bedrohung werden können. Aber sie haben es nie so wirklich geschafft. Und das fand ich auch interessant. Dass sie einfach dann wirklich so leicht zerfallen sind. Und auch einfach diese Rolle als Koalitionsleader nach Japans Fall gar nicht so wirklich übernommen haben. Also die Koalition war in totalem Chaos gewesen dann nach Japans Fall. Weil sie überhaupt nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Japan war dieser eine Garant für Sicherheit. Und dann war Japan einfach weg. Und dann war hier auf einmal alles schwierig für sie. Sie hatten keine Ahnung, was sie machen sollen. Sie waren nicht in der Lage, uns zu stoppen hier in der Expansion Richtung Europa. Sie waren nicht in der Lage, irgendwie die Philippinen aufzuhalten, Burma aufzuhalten. Russland hat es versucht, aber auch das hat dann nicht geklappt. Sie haben alles verloren gehabt hier dann in Xinjiang. Also das war eher schwach, muss ich sagen. Aber weiter analysieren will ich es erst, wenn die Runde echt vorbei ist. Denn dann können wir nochmal zusammen drüber schauen, was hier so passiert ist. Denn ja, aktuell wird noch Krieg geführt. Aber ich denke, jetzt kann uns nicht mehr viel aufhalten. Wir sind überall jetzt. Wir haben jetzt drei große Einfallpunkte hier in Europa. Plus noch dann die Philippinen und Burma, die jetzt hier von Osten kommen. Wir haben ja schon die Niederlage eingestanden von Norwegen, von Russland. Das Russland hier ist auch ziemlich inaktiv inzwischen. Das heißt, ich gehe davon aus, ja, noch ein paar Tage. Und dann war es das. Wir haben jetzt auch über 1000 Punkte schon. Also ja, ich denke mal, 5, 6, 7 Tage. Will es noch dauern, dann dürfen wir die 1500 voll haben. Ich denke mal, wir werden morgen bei 1120 stehen ungefähr. Es sei denn, Mosambik nimmt noch hier Necaterinburg ein. Dann werden wir sogar noch bei 1200 stehen, weil ich ja auch jetzt hier noch Uruguay einnehme. Das wird wohl noch was tun. Also mal schauen. Es geht noch weiter. Weiter großer Krieg, aber die größten Vernuste, die größten Armeen sind zerstört. Es gibt keine massive Gegenwehr mehr. Und damit, ja, werde ich weiterspielen und euch weiter auf den Laufenden halten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.